Hallo miteinander, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie man eine einfache ABAP CDS View erstellt. Wir machen einen Join und verwenden ein paar Funktionen. Ich logge mich hier gerade in mein Testsystem an. Ich bin hier in Eclipse. Dann suche ich mir ein Paket, indem ich diese CDS View anlege. Ich nehme hier mein Z-Examples-Package, klicke dann auf rechte Maustaste, New, Other ABAP Repository Objects, Core Data Services und klicke hier auf Data Definition. Dann auf Next. Dann gebe ich meiner CDS View einen Namen und eine Beschreibung. Klicke dann auf Next. Dann hier bin ich in einem Transportauftrag, klicke auf Next und dann sehen wir hier unterschiedliche Vorlagen, die wir verwenden können. Es gibt schon ein paar Code Templates. Ich nehme heute ganz einfach Define View und klicke dann auf Finish. Dann haben wir hier schon eine Vorlage und hier gebe ich dann die Datenbanktabelle ein, von der ich Daten selektieren will. In meinem Fall ist das die SPFLY und dann in den Klammern klicke ich auf Steuerung Leertaste und füge hier all meine verfügbaren Felder ein, alle verfügbaren Spalten ein. Und dann muss ich hier ganz oben noch einen Namen eingeben und zwar wird bei dieser Art von View im Hintergrund noch eine Datenbanktabelle generiert. Also nenne ich diese Z-Test-CDS-Tab. Und dann kann ich diese View schon mal generieren oder aktivieren und dann schauen wir uns hier mit rechter Maustaste auf die View Open with Data Preview die Daten an. Wir sehen hier die Spalten und Daten von der Tabelle SPFLY. Als nächstes möchte ich jetzt zur CARE ID, zur CARE ID den Namen wissen. Also join ich hier auf die Tabelle SPFLY. Und dann lösche ich hier all die Felder und füge diese nochmal neu ein und zwar insertiere ich hier alle Felder von beiden Tabellen, lösche hier den doppelten Key und dann will ich aber nur den CARE ID haben, also lösche ich die anderen Felder von der Tabelle S-Carrier raus. Aktiviere das Ganze und lasst mir das nochmal anzeigen und man sieht jetzt den Carrier Name zur CARE ID, zum Beispiel LH Lufthansa. Dann gehen wir nochmal zurück raus und jetzt können wir hier in dieser CDS View auch Funktionen verwenden, zum Beispiel die Upper Funktion. Ich will jetzt den Carrier Namen in Großbuchstamm anzeigen lassen. Aktiviere das Ganze nochmal und zeige mir die Daten an. Man sieht jetzt den normalen Carrier Name, Groß-Kleinschreibung und den Carrier Name in Großbuchstamm. Das braucht man oft für suchen oder ähnliches. Dann will ich jetzt noch eine CONCUT Funktion verwenden und zwar CONCUT WITH SPACE und hier will ich anzeigen lassen die Spalten CITY FROM und CITY TO. Und der 1er ist eben die Anzahl der Space Zeichen und dann muss ich ja noch das Alias hinschreiben, also S FROM TO zum Beispiel. Dann aktiviere ich das Ganze nochmal und zeige mir nochmal die Daten an und man sieht jetzt die neue Spalte FROM TO. Dann machen wir die mal größer und man sieht hier die konkatenierten Daten von den Spalten CITY FROM und CITY TO. Als nächstes will ich noch was berechnen und zwar wird die Flight Time in der Tabelle SPFLY angegeben in Minuten und ich will mir jetzt noch die Stunden berechnen. Also verwende ich hier die Division Funktion, Flight Time durch 60 und die Nachkommastellen werden auf zwei Stellen gerundet. Okay, da bekomme ich hier einen Fehler. Dann öffnen wir das LOG und schauen mal nach. Okay, HOURS ist ein reserviertes Wort, also nehmen wir hier ein anderes und zwar Z HOURS. Dann aktivieren wir das Ganze, schauen uns die Daten nochmal an und wir sehen jetzt hier die Spalte Z HOURS mit den berechneten Flugstunden. Wenn wir hier weiter rüber scrollen, sehen wir die Minuten, die in der Tabelle stehen und wir haben jetzt durch die Division die Flugstunden berechnet. Dann gehen wir nochmal zurück in die View-Sicht. Man kann hier auch noch Authorization Checks machen. Und dann kopieren wir uns jetzt mal diese Tabelle Z-Test CDSTAB und öffnen ein SAP GUI-Fenster. Dann bin ich hier im App-Up-Dictionary und hier kopiere ich jetzt den Tabellennamen rein. Und dann klicken wir mal auf Display und man sieht, diese generierte SQL View ist zwar limitiert verwendbar, aber wenn wir uns jetzt mal die Daten anschauen wollen, man sieht hier alle Spalten, die ich definiert habe, auch durch die Funktion, die ganzen Alias-Spalten. Und wenn wir das ausführen, sehen wir auch hier das Ergebnis, wie wir es definiert haben. Bezüglich der Funktionen gibt es noch eine Webseite und zwar in der SAP Hilfe. Und da kann man sich durchklicken und schauen, welche Funktionen für das App-Up-Release, in dem man arbeitet, verfügbar sind. Zum Beispiel so Special Functions wie Konvertierungen oder Datums und Zeitberechnungen. Dann sieht man auch, wie man die aufruft und welche man hier verwenden kann. Abhängig natürlich vom verwendeten Release. Den Link gebe ich hier euch in die Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr Inhalte. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Macht es gut und bis bald. .